Wohlfuss und Frank Buschmann Glück haben, hat leider gefehlt Jetzt der Ballverlust Ja, könnte was werden Den Ball hat er, ganz souverän Jetzt der Vorstoß Ja, wird hier gut unterstützt Jetzt ist es gefährlich Vielleicht die Führung jetzt Und drin ist der Ball Wichtiges Tor, ganz wichtiges Tor Die Führung Das Tor war klasse, rausgespielt Da wird er ganz stark über außen eingesetzt Und abgepfiffen, abseits Aha, das war knapp Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb Jetzt ist es gefährlich Was für eine Chance Super Tor Und auch ein klasse Konter Genauso macht man das Genauso will das der Trainer sehen Da haben sie ihr Tempo ausgespielt Ihre Übersicht Und ihre Kaltschnäuzigkeit Hier steht es 2 zu 0 Sieht alles ziemlich gut aus aktuell Da ist Platz Ah, da wäre jetzt Platz Holt sich den Ball im eigenen 16er Ah, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön Jetzt könnte die Hereingabe kommen Spielt den Ball Gut verteidigt Jetzt vielleicht Und er ist drin Damit bauen sie die Führung noch einmal aus Der Sieg steht eh fest Und jetzt liegen sie noch deutlicher zurück Und der Torhüter ist daran nicht ganz unschuldig Er hat heute wirklich nicht seinen besten Tag Er hat den Ball Da ist jetzt Platz Klasse Pass Das könnte die Gelegenheit geben Tolle Chance, aber kein Tor Jetzt pfeift er die Partie ab Das war's Ja, wird hier gut unterstützt Jetzt ist es gefährlich Vielleicht die Führung jetzt Und drin Jetzt ist es gefährlich Was für eine Chance Super Tor Mit dem Ball Gut verteidigt Jetzt vielleicht Und er ist drin Da ist jetzt Platz Klasse Pass Das könnte die Gelegenheit geben Not für eine Chance ? Jetzt schon wieder Das ist ein Boot Ich bin ganz wichtig So Ich bin ganz wichtig Und ich bin ganz wichtig Ich bin ganz wichtig Untertitelung des ZDF, 2020